Anna hat Post bekommen 50 Gramm Gold aus Argentinien und Hannes, der schmelzt Silber aus Bolivien. Was die beiden Rohstoffe gemeinsam haben, sie sind umweltschonend abgebaut und fair gehandelt. So wie alle Materialien, mit denen Anna und Hannes in ihrer Schmuckwerkstatt arbeiten. Früher haben die beiden Goldschmiede in ganz herkömmlichen Betrieben gearbeitet mit konventionellen Rohstoffen. Irgendwann wollten sie einen anderen Weg gehen. Man kriegt als Goldschmied immer mehr mit, wo die Materialien herkommen, mit denen man jeden Tag arbeitet. Man weiß, die Wahrscheinlichkeit ist ziemlich groß, dass an dem Stück, was ich gerade bearbeite, Kinderarbeit beteiligt ist oder Leute früh sterben mussten, weil sie mit Zyankali arbeiten oder mit Quecksilber. Dann gibt es noch viele andere Probleme, also Umsiedlungen, Zwangsumsiedlungen, wo den Menschen das Land weggenommen wird. Wenn man sich damit beschäftigt, das ist einfach sehr viel, was nicht so schön ist an der ganzen Geschichte. Aber wenn man nachher das fertige Schmuckstück sieht, sieht man davon ja nichts mehr. Nach Alternativen mussten Anna und Hannes erst einmal suchen. Fast vier Jahre hat es gedauert, bis sie wussten, wo man fair gehandelte und ökologisch gewonnene Rohstoffe bekommen kann und ihre Quellen beisammen hatten. Das sind halt eben kleine Projekte und keine riesengroßen Minen, mit denen wir arbeiten. Das heißt, es kann auch sein, es ist mal ein Bagger kaputt gegangen. Das kam jetzt einmal vor, vorletztes Jahr, dann gab es mal ein paar Monate kein Gold. Dafür gibt es umweltfreundlichen Schmuck ohne Kinderarbeit und ohne Ausbeutung. Bei den Kunden kommt das gut an. Bio oder auch fair gehandelt, das interessiert mich sehr. Und ich wusste nicht, dass es fair gehandelten Schmuck gibt, bis ich das jetzt gerade im Schaufenster gelesen habe. Und deswegen haben wir nämlich auch gesagt, lass uns mal gucken. Genau, das finde ich sehr, sehr interessant und ja, würde sowas natürlich auch vorziehen, wenn ich Schmuck kaufe. Auf jeden Fall. Mit ihrem fairen Schmuck sind Anna und Hannes Nischenanbieter. Teurer als herkömmlicher handgefertigter Schmuck ist er aber nicht unbedingt. Die fairen Edelsteine aus Brasilien sind sogar günstiger. Sie kommen direkt aus der Mine und gehen nicht durch die Hände vieler Zwischenhändler. Einen Unterschied gibt es für die Kunden aber schon. Normalerweise kann man ja bei einem Goldschmuck die ganze Bandbreite an Farben und Edelsteinen bekommen aus der ganzen Welt. Und bei uns gibt es halt immer nur, es sind zwar jetzt schon einige, aber genau diese Quellen. Doch das nehmen Anna, Hannes und ihre Kunden gerne in Kauf. Den Menschen und der Umwelt zuliebe. Und bei uns gibt es auch noch die Begriffe. Und bei uns gibt es auch noch die Begriffe. Und bei uns gibt es auch noch die Begriffe.